Hallo meine Lieben, heute möchte ich euch was erzählen, wo ich auch anders mit umgehe als früher und das ist wirklich positiv für mich, auch wenn das passierte Scheiße ist. Also es geht darum, ich habe ja Webseiten und auf diesen Webseiten ist Werbung und wenn jemand auf die Werbung klickt, dann kriege ich ein bisschen Geld. Desto mehr Leute kommen, desto mehr Geld bekomme ich, aber desto höher ist auch die Aufmerksamkeit auf den Seiten und desto eher lassen sich Leute finden, die irgendwas zu beanstanden haben auf den Webseiten. Und jetzt ist das so passiert, dass eine Anwaltskanzlei mich angeschrieben hat wegen zwei Bildern auf einer Webseite und ich dafür über 800 Euro zahlen soll. Das ist vor einem Monat ungefähr gewesen und da war ich wirklich am Tiefpunkt, weil das ist sehr viel Geld, so viel Geld verdiene ich damit nicht im Monat, möchte ich euch ehrlich sagen, möchte ich nicht irgendwie drumherum oder so tun, als würde ich viel damit verdienen. Deswegen, also das war schon sehr, da habe ich mich sehr hinterfragt und ihr wisst, wenn ich einen Tiefpunkt habe, hinterfrage ich immer alles, mein Leben, ja, meine Selbstständigkeit. Mit dem Videomachen auch, da hatte ich jetzt auch so einen Punkt gestern gehabt, wo ich mir überlegt habe, Sebastian, warum machst du so Videos? Es ist ja peinlich, es ist ja peinlich, ja, wenn ich es so irgendwie betrachte, ist es mir oft peinlich, diese Videos, wenn es mal jemand sieht, den ich kenne. Könnt ihr vielleicht euch vorstellen, aber dann versuche ich gleich an das Positive zu denken und das Positive seid ihr in diesem Falle, weil ihr mich motiviert und einige sagen von euch ja auch, euch motiviert das. Also es ist euch eine Hilfe, dass jemand drüber redet und deswegen versuche ich eigentlich das Negative so wegzudrücken, auch wenn mir das wirklich ganz peinlich ist, solche Videos, irgendwo versuche ich das Positive zu sehen. Und so, genau so ist es mit dieser Anwaltskanzlei. Jedenfalls gestern habe ich dann nochmal einen Brief bekommen, letztes Mal war meine Frau schon wirklich sehr sauer, ja, weil das ist ja eine Menge Geld, so verständlich, dass sie sauer ist. Gestern kam wieder ein Brief und schon wieder die gleiche Anwaltskanzlei, aber jetzt hat sie auf einer anderen Webseite von mir gesucht. Also die gucken gerade, was ich für Webseiten habe und durchforsten die auf der Suche nach Bildern, wo ich das Copyright nicht habe. Und dann soll ich jetzt wieder über 700 Euro bezahlen. Also seht ihr, die Summe kommt schnell immer höher. Das ist wirklich, ja, bedrückend zieht in meinen Rücken rein, wenn ich so dran denke. Das ist einfach scheiße. Es ist so, dass ich die Bilder verwendet habe von einer Datenbank, die lizenzfreie Bilder zur Verfügung stellt. Aber das ist natürlich eine Vertrauenssache, weil Menschen wie ich können da ihre Bilder hochladen und versichern dann, die sind lizenzfrei, die darf ein anderer benutzen. Natürlich gibt es auch schwarze Schafe drunter, die laden Bilder hoch, die sie gar nicht selber gemacht haben, die entweder von woanders geklaut sind oder bewusst. Da gibt es auch Betrüger, ja, die machen dann extra Bilder, um später mit einem Anwalt zurückzukommen und zu sagen, ich habe das nie da angeboten, bezahlen wir mal eine Gebühr. Ja, so ist das in meinem Fall verlaufen. Also blöde alles, blöde. Ja, ich war gestern an einem richtigen Tiefpunkt, kann ich euch sagen. Ich wusste aber, was ich früher nicht so wusste, früher hätte ich mich da reingesetzt. Ich hätte mich in meine Trauer, in meine Wut, in mein Versagen reingesetzt. Ja, das ist ein Unterschied zwischen heute. Gestern wusste ich, Sebastian, das wird jetzt nicht mehr dein Tag werden, also ich konnte daran nicht sehr viel ändern. Aber ich habe schon den Entschluss gestern dann gefasst, einen Strich zu machen, ja, zu sagen, okay, jetzt ist das passiert, das ist richtig scheiße. Ja, ich hatte Rückenschmerzen, alles. Meine Gedanken kreisten nur noch darum. Ich war mit meiner Tochter draußen und konnte mich schwer so auf sie einlassen, weil in meinem Kopf war nur, oh, so viel Geld, wie machst du das, wie erklärst du das deiner Frau, du musst alles löschen und so. Was für einen Scheiße hast du gemacht, peinlich, mega. Ja, so Gedanken hatte ich nur, aber gestern habe ich schon den Entschluss gefasst gehabt, damit aufzuhören. So, das ging gestern nicht, weil es halt sehr, sehr mich umgehauen hat, dieser blöde Brief. Aber heute sehe ich das schon positiver. Und deswegen mache ich auch dieses Video wieder, um euch zu sagen, es kommt sehr darauf an, wie ihr über die Dinge denkt, wie sie sind. Moment, ich kann jetzt wirklich mich da reinsetzen und sagen, du Loser, hast wieder mal gezeigt, dass du wirklich nichts hinbekommst, dass du am Ende noch drauf zahlst. Ja, ich habe die Webseiten sieben Jahre gemacht, da ist ja auch ein bisschen Herz dabei, aber selbst das, scheiß drauf, ja. Wie soll man anders mit umgehen? Soll ich jetzt da trauern und große Trauerfeier machen? Nee, kann ja auch ein Neubeginn sein. Und gerade mit den Videos, seht ihr, die kommen ein bisschen regelmäßiger. Ja, ich versuche das auch beizuhalten. Ich bin motiviert. Ich möchte euch motivieren, dass wir dranbleiben, dass ihr glücklicher seid. Ich möchte nicht, dass ihr Angst habt. Ich sage es ehrlich, ich weiß ja, wie schlimm diese Angst ist, ja. Wie erdrückend die sein kann, wie sie einen die Lebensfreude nimmt sogar, ja. Bist du wohl eingeladen zum Geburtstag? Andere sagen, juhu, ich freue mich, dass ich kommen kann. Und du denkst nur, ach du Scheiße, wie kann ich absagen, ohne unfreundlich zu sein? Oder wenn du hin musst, weil vielleicht du einen Mann oder eine Frau hast und die sagen, du kannst aber nicht immer nicht. Nee, sagen, du musst auch mal mitkommen. Dann so freust du dich gar nicht. Dann ist nur Angst. Nur Angst. So. Und das ist doch Scheiße, meine Freunde, ja. Ich weiß, das gelingt nur in minimalen Schritten. Wie ihr seht, ich mache minimale Schritte. Aber ich merke so sehr, wie wichtig das ist, dass man positiv über die Dinge denkt, dass man nicht die Negativen herausholt und damit versucht umzugehen. Ich habe schon mal gesagt, das ist wie wenn einem Finger fehlt, ja. Man kann sich wünschen, dass dieser Finger nachwächst, dass ein Wunder geschieht. Aber irgendwo muss man dann das akzeptieren, dass der Finger vielleicht fehlt, dass ich Angst habe, wenn ich Dinge mache. Akzeptieren. Akzeptieren, dass die so ist, aber nicht mitgehen mit der Angst. Nicht meine Ängste befeuern, ja. Indem ich sage, du musst wirklich Angst haben. Guck mal, wenn der dich nach der Arbeit fragt, ja. Wie peinlich ist das? Du kannst da nicht mitreden. Habe ich euch auch schon mal erzählt, wie schwer mir das fällt, wenn ich irgendwo hingehe. Die meisten Leute reden über Arbeit. Das ist mir gleich unangenehm. Ich rede nicht gerne darüber. Ja. Ja, dass man sich nicht dieses Negative sucht, sondern das Positive. Das möchte ich euch in diesem Video einfach sagen. Ich hatte jetzt auch große Angst, das meiner Frau zu sagen. Noch vor zwei Stunden ungefähr ging es mir viel schlechter, weil ich hatte es meiner Frau nicht gesagt. Ich wusste nicht wie. Am liebsten hätte ich es heimlich bezahlt. Aber so viel Geld habe ich jetzt nicht. Und wenn ich auch nicht so schnell bekomme, möchte ich ehrlich sein. Dachte ich, ich bezahle das heimlich, so dann kriegt die das gar nicht mit. Dann gibt es dieses Problem nicht mit ihr. Aber das ist meine Frau, die kann ich auch nicht belügen. Ich möchte sie auch nicht belügen. Das macht ja eine Ehe aus. Ehrlichkeit. Ehrlichkeit durch dick und dünn. Deswegen habe ich es ihr dann auch gesagt. Und ich dachte, sie wäre erstmal richtig sauer. Aber sie war gar nicht so sehr sauer. Darüber bin ich auch dankbar. Könnt ihr euch vorstellen, was für eine tolle Frau. Was für eine wirklich wunderschöne Frau. Ja, so herzlich. Überhaupt sie. Sie ist so wunderschön. Ich habe die wunderschönste Frau auf der ganzen Welt. Und genau sie gibt mir auch diese Lebenskraft. Meine Kinder. Lunex hat gefragt, wie ich es geschafft habe, dann wirklich Abstand zu nehmen von dem Alkohol. Einfach durch mein Kind. Ja, ich habe mein Kind angeguckt. Und einfach so wunderschön. Das hat mir damals neue Lebensmut gegeben. Da war ich ja in der Tagesklinik. Das war mein kleines Kind. Mein Engelchen. Ja. Mittlerweile bin ich noch reifer und noch reifer. Und versuche auch nicht, das abhängig von anderen zu machen. Das ist nämlich auch falsch, wenn man sagt, jetzt nur wegen dir bin ich glücklich in meinem Leben. So, man muss auch versuchen, für sich, ja, für sich selbst heraus irgendwie das Glück zu finden. Das ist auch wichtig. Ja. Bitte bleibt auch weiterhin motiviert und versucht, das Positive zu sehen. Was mir wirklich sehr geholfen hat, ist Jesus. Jesus Christus. Jetzt denkt ihr wahrscheinlich, boah, ist der Junge abgespaced. Was ist denn bei dem passiert? Jesus gibt es nicht. Gibt ja viele, die daran zweifeln oder an was anderes glauben. Aber für mich persönlich kann ich sagen, dass mir die Bibel sehr geholfen hat. Weil da steht ja sehr viel Geistiges drin. Fürchte dich nicht vor Menschen, ja. Ja, das klingt erstmal so, ja, toll, was soll mir das denn jetzt bringen? Wäre gut, wenn das so ist. Aber ich vertraue da drin und ich beschäftige mich so sehr mit Jesus und was er alles gesagt hat. Das ist so schön für mich, ja. Deswegen sehe ich auch Probleme anders durch Jesus einfach, weil für mich, ich versuche, dass für mich andere Dinge zählen. Die Liebe zu meiner Frau, zu meinen Kindern, ihnen etwas Positives im Leben zu vermitteln. Nicht mehr so Rückstand und ich kann es euch nicht erklären. Ich wollte euch nur sagen, weil ich euch sehr, sehr gerne habe, dass mir Jesus Christus sehr hilft. Und vielleicht der ein oder andere schaut dann auch mal in die Bibel rein und vielleicht sieht er da auch, wow, das hilft wirklich sehr. Natürlich hilft jedem was anderes, habe ich auch schon oft gesagt. Aber ich wollte es euch einfach sagen, weil ihr mir am Herzen liegt. Ich wünsche euch nur das Beste. Bis dahin, Sebastian. Adieu. Ciao. Ciao. Ciao.